Siegerehrung beim Iron League Cup, Samstag, 17. Juni, 2017, Damen A. Ja, das wird mir keiner glauben, aber es ist so, vor vier Wochen habe ich gegen diese Franziska Korn hier in der Damen Art, dass er den zweiten Platz macht, zu fünf, zu sieben und zu acht oder in dem Dreh jedenfalls 3-0 gewonnen. Bei einem offiziellen der Iron League Cup zu mir, da kann ich wieder nachschauen. Und gegen die Nummer 1 habe ich auch vor einem Jahr gewonnen. Und die restlichen Spiele waren dann zu ihren Gunsten, aber auch äußerst ab. Also Platz 2, Franziska Korn, Schwabach. Platz 1, Sankt Raffnitzbauer, nicht mehr Schwabach, soweit ich weiß.